Ich hasse es, wenn ihr die Ansage macht, ihr sagt nie was. Hallöchen, meine sehr geliehen Freunde und willkommen zurück zu einer geilen Runde Minigolf mit mir, HackfressenLP und HunterJu und Alex. Oh, er mag es nicht von hinten mehr als ich glaube ich. Leute, guck mal, wo ich draufstehe. Oh, ich war auf der Bierflasche drauf. Ich bin der verwerbte Alex. Ey, was soll das? So! Oh mein Gott, ich falle gegen die Bierflasche. Ich war in der Bierflasche fast drin, aber da war kein Tropfen. Hallo ihr Noobs, ich hab 10.000 Punkte, mach das erstmal nach. Er hat noch nicht geschlagen, Marvin. So, guck mal, der Noob. Er braucht den A Knopf. Was ein Betrug. Er braucht den A Knopf. Ich bin letzter. Easy. H! Ich bin zweiter. H! Was für ein Noob. Schneid dich raus! Nein, schneidst du nicht raus. Aber das ist immer so, in der Map bin ich... Oh, das Schwein ist wieder da. Aber in dieser Scheiße bin ich immer irgendwie letzter. Also ich weiß nicht, das liegt mir nicht mehr. Oh, fiese Falle. Nein! Oh Gott! Dynamit. Oder so. Ah, ich muss leichter schlagen. Ah, ne ist zu fest. So, das müsste reichen. Mach zu fest. Hallo Türke. Oh nein, oh nein, oh nein. Türke, hilf mir! Tschüss! Der Türke hat mir... Halt an, halt an! Nein! Scheiße! Und dabei bricht du aus einen Kürbis und eine Axt. So! Aha! Was? Warte, du kürzt mal eben so ab? Heavy abkürzen. Sag nix, sag nix! Oh mein Gott, alter. So! Weißt du, ihr beschwert euch die ganze Zeit richtig so umdenken. Da geht's ja auch noch lang. Ja, Noob! Noob! Ah! Guckt euch den Typ an, der spielt Minigolf so schwul! Oh, so schlecht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Natina spielt doch! Komm, wir müssen ihn jetzt auslachen. Ah, schlecht! Ich mag es nicht von hinten, man! Hallo! Kann man ja schlechter als ich sein? Ey! Irgendwie merke ich, dass jemand von euch atmet. Halt die Klappe! Wer atmet von euch wieder? Wer schlechter ist als ich, dann wichse ich. Vielleicht bin ich ja nicht mal letzter. Halt! Stopp! Wenn ich nicht letzter werde, dann wichse ich. Geh mal zum Schwein, bitte! Ja, David, komm! Go! Da ist das Loch! Da ist das Loch! Das Schwein hat hinten ein Loch. Du musst da rein, David. Das ist... Ja! Das ist... Du gehst da rein! Du gehst da rein! Für die Knicks! Und... Mann, warum... Warum hast du's gesehen, Marvin? Warum hast... Äh, beziehungsweise jetzt Hackfass... Jetzt darf ich nicht Hackfass nennen. Warum hast du's gesehen? Weil ich's kann! Mann, ich dachte so... Okay... Ja, eigentlich hätt ich warten sollen, es wäre klüger gewesen. Ja, nimmer letzter! Ja, aber ich bin immer noch Zweiter! Was für ein Loops! Ja, bald nimmer! Ich zieh meine Unterhose aus! Du bist ein Loops, Marvin! So, jetzt wird's Zeit! Was ist die Schwierfähigkeit jetzt? Oh nein! Nicht schon wieder die Map! Ich hasse die Map! Doch! Ich hasse sie auch! Es ist schon wieder die Map! Was ist das denn hier? Das hat keiner von uns geschafft! Da unten! Und... Ah, okay! Wiii! Ich schaff's! Oh! Titten! Ich seh Titten! Komm Ball! Ball! Ich schaff's nicht! Hey! Geht doch gar nicht! Ball! Wo gehst du hin? Oh! Oh! Hey Ball! Ja! Wohin gehst du? Wohin gehst du Ball! Ball! Ich geh zurück! Juli! Ah, ich hab ne Taktik! Hallo! Ich roll ganz langsam zurück! Alter, dieses Geräusch! Diese Geräusche! Nein! Boah, das gibt's doch nicht! Aber ich hab ne Taktik, ihr Loops! Das geht gar nicht! Doch! Doch, das geht! Wenn ich ein Item bekommen würde, dann geht's schon! Hilfe! Hilfe! Ja! Ich bin beim Loch da! Ja! Nicht so weit! Mal! Wo flieg ich hin? Das geht doch gar nicht! Ey! Du blöder Türke! Tja, Pech gehabt, du du! Ich hasse diesen Türken! Oh! Ball! Nein! So knapp! Jetzt haben wir ein Problem, weil Alex ist halt jetzt ein Loch drin! Ich bin drin! Hey, wie er's schafft! Alex hat einen kleinen deutschen Vorsprung! Ich hab das allererste Item benutzt! Das allererste Nu! Ja, wow! Nein! 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 Das reicht nicht! Es ist fast so eng! Nein! Ah! Ich... Okay! Ich hab jetzt... Ich hab auch schon die ganze Zeit den Bogen raus! Aber ihr müsst... Ihr geht jetzt einmal da runter! Ihr nervt nur! Oh, es war jetzt ein bisschen zu fest! Komm! Bitte! Ich muss halt gerade schlagen! Ach, du bist der Brauch! Nein! Es reicht wieder! Es reicht nicht! Ah! Immerhin habe ich das Item! Gott sei Dank! Komm, komm, komm! Geh rüber, rüber, rüber! Wir werden es alle nicht schaffen, Mann! Stop! Nein! Ja! Ich bin im Loch! David ist drin! Das kann doch gar nicht sein! Weil wie kann ein Noob namens David drin sein? Ich mit auch! Hallo! Darf ich? Du bist der größte Noob hier! Nein! Stop! Oh! Hallo! Welcher Schlag ist das bei dir, Lucas? Neunter! Oh! Ich habe auch wenig Punkte! Jetzt fehlt nur noch die Hackfresse! Ich will immer noch Marvin genannt werden, Huren! Huck! 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 Und! Und! Nein! Bei der Bierflasche! Natürlich! Wo denn sonst? Immer bei der Bierflasche landet er! Nur zu fress bin ich bei euch! Denkst du es gibt Mett auf der Map? Dieses Geräusch ist so super! Das war echt schlecht! Hör mir das als MP3-Datei runter! Und dann hör mir das den ganzen Tag an! Und wieder runter! Mett! Mett! Ich habe sehr viel Mett! Warum habe ich... Was? Wie viele Schläge habe ich denn? 20! Warum 20 Schläge? Ja, aber ich dachte so ein Noob wie du musste auch einen Erfolg haben! Jetzt hast du es geschafft! Oder nicht? Nein! Läufig! Warte, ich will das Geräusch noch mal hören! Mett! Mett! Ich komme Mett! Mett! Nein! Bist du dumm? Also ich will Mett! Also ich will Mett! Das ist richtig sterftiges Mett! Hä, was habe ich jetzt eigentlich? Was warte! Gib einfach auf! Nein! Hallo! Ich kriege 1800 Punkte! Wenn ich aufgehe, kriege ich gar keine Punkte! Ja, du kriegst von mir aber einen Lolli! Das wollen wir ja! Du kriegst einen Lolli von mir! Hallo! Gebt doch bitte auf! Na halt! Türen gebt niemals auf! Für den Weltfrieden! Scheiß auch Rälschen! So dass Sonne sonst dürft! Hauptsächlich kriegt mein Kilo Mett! Die Raten schlägt wieder schräg! Ja! Dieses Geräusch ist so geil! Oh ja! Ja! Einfach durchs Haus durch! Tja, das war ich mit Absicht! Die Klicks müssen da sein! Die Klicks müssen da sein! Keine Ahnung, wieviel der Schlag es ist! Uhrensohn! Klicks! Den Wand! Ey, ich schluch die Wand durch! Wieviel der Schlag hast denn du jetzt? Weiß ich nicht! Ich schlag jetzt erstmal! Ah, schön! Danke! So! Schlag 18! Oh! Ich hätte nicht so viel einstellen sollen! Moment! Bei den 20. Schlag kriege ich Sinn! Das ist so langweilig! Halt! Stopp! Nur weil einer hier so ein Noob ist! Äh, Halt! Stopp! Soll ich euch eure Leistung mal ins Batuu 2 und Malcard 8 Deluxe bewerten? Ja, ich tu nur immer so schlecht also! Ja! Deine Leistung ist gut! Nein, meine Leistung ist gut! Ich meine, habt ihr nicht die Malcard 8 Deluxe? Oh, 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 oh! Ja! Ins Fenster durch! Ja! Ja! Wir haben was jetzt! Üüüüüüüüüü! Aha! Immer noch von David! Was für'n Noob! Ja! Für ein paar weniger hundert Punkte! Was zum Fick! Was zum Teufel! Da war jemand kreativ! So hieß es... Was ist da, da? Eh, da. Links. Ok. Ok. Magdalena! Oh, tschüss. Roland muss ich... Ok, jetzt hab ich's. Ich weiß, wo ich schlagen muss. Ich hab's. Ich hab's auch. Ich weiß, wo lang. Oh Gott. Machen wir... Los. Nein! Oh Gott, das war falsch. Was? Alter. Komm. Komm, 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 komm. Nein! Fast ein Hole in One. Was zum Fick passiert? Ja, Mann! Boah, da wird es noch ab! Was für ein Noob! Ja egal, wichtig ist bei mir, dass Alex nicht rein ist. Hilfe! Gotta go fast! Gotta go faster! Unverdient. Oh, ganz ehrlich. Unverdient. Ey, jetzt bin ich schon wieder letzter. Easy. Was? Wie kann ein Noob namens David vor mir sein? Hurensohn. Ganz einfach. Direkt spielig verkauft es. Geht ja gar nicht, scheiße. Ja, geht gar nicht, dass so ein Noob namens David vorne ist. Ach, mein lieben Zuschauer, wusstet ihr schon, dass der LP David es nicht? Ich wiederhole nochmal, nicht von hinten mag. Was weiß zwischen jeder? Ne, nicht die neuesten Zuschauer. Die müssen informiert werden. Ja, die müssen informiert werden. Ja, okay, jetzt. Ja, dann. Ah, genau, was geht. Ja, ich sehe jetzt gar nichts. Danke, Kamera. Wo bin ich überhaupt? Mal sehen, äh... Wo muss ich denn... Alter, WTF! Ich weiß gar nicht, wo ich hin, wo ich... Ich schieße irgendwo. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich habe überhaupt nichts gesehen, aber ich bin jetzt schon drin. Irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass der David es nicht unverdient wieder... Mach doch keins. So lang, muss ich. Was hast du das Gefühl? Dass du unverdient... Unverdient gewinnst du irgendwie. Hallo? Ich unverdient? Ja. Ich meine, ich habe meine Hose extra gewaschen für diesen Part. Ja. Ich habe deine Jogginghose an. Was willst du? Ich habe gar keine Hose an. Sky-N-Pock-Hosen. Warum hast du dich dann gewaschen? Wenn du überhaupt keine an hast. Der Sky-N-Pock-Höwe. Hilfe. Schaut euch diesen Noob an. Halt, stopp, Sky-N-Pock geführt. Ich glaube, ich bin jetzt letzter. Ja, also ich müsste jetzt... Ich dürfte jetzt immer letzter sein. Ich hoffe es jetzt. Alter, ich kann das nicht gewinnen. Warum Sky-N-Pock-Höwe? War das auf dem zweiten Weg da oder so? Ja, er hat den zweiten Weg genommen. Der war dumm. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es geschafft. Ja, nicht mehr letzter! Oh Gott, ich kann noch verlieren. Ich könnte noch gewinnen. Mit ganz viel Glück könnte ich noch gewinnen. Wo, Alex? Indem ich euch einfach besteche für den Part. Und dass ihr dann einfach alle aufgibt. Jede Runde. Okay. Ist es ein Deal? Ist es ein Deal? Okay. Ach egal. Nein, nein, nein. Du bist ja nicht rein. Ich könnte es doch reingehen, aber... Ach, natürlich. Ja, kommen gleich alle. Nein! Ich hab's nicht an. So. Ihr Noobs! Ja, ich bin der Erste. Jetzt müsste ich normalerweise ein Dildo geschenkt bekommen. Ja, Mann! Zweiter hier. Kriegst du aber nicht. So, Noob. Ich bin Zweiter als Ziel. Ja, ja. Noob, Noob. Und Doppel-Noob. Ich hab 7000 Punkte gekriegt. Ich hab 8150. Ich hab ne Unterhose geschenkt bekommen. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Was? Ja, ja. Scheiß auch die Trüger. Eine Nazi-Unterhose. Rein rassig. Oh, die will ich ja. Rein rassig, ethisch. Die rein rassig-deutsche Unterhose. Und geschafft. Wie sieht's oben aus, mein Süßer? Ui! 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 Alter! Ich hab echt was Dummes gemacht. Ich hätte ein Hole in One schaffen können. Ich bin so blöd. Nein! Ich fahr noch zurück! Juhu! Hallo! Ich hab meinen Sieg zerstört! Tja. Alter, was zum Fick. Und wer braucht wieder hier am längsten? Der Türke. Oh ne, wie immer. Der einzig Schwarze hier. Ne, der ist ja nimmer schwarz. Ist er, ist ein Teufelster. Der war, der war einfach wahrscheinlich eingeklarschlich bei draußen und schon ist er weiß. Ja. Ist ja sau jetzt, meine Haupt wird irgendwie nie braun. Mann, der ist immer rein rassig-deutsch. Rein rassig. Boah, das gibt's noch nicht. Verliere doch mal. Ne. Es wird ganz und knapp. So, ich... Der letzte Platz will ich aber wenigstens mit so wenig Abstand wie möglich erreichen. Oh, ich weiß nicht. Schieß mal, Alex. Alter, wie soll ich das jetzt... Okay. So, äh... Kann ich da... Easy, Albert Wars. So. Lukas, der Weg ist halt durch. Ja, ich weiß schon. Aber ich musste halt auf den David warten. Entschuldigung. Oh, ich bin eingesperrt. Yes. Ich will aber nicht letzter sein. Bestinkt so. Warum? Sehr profiter. Bist du aber. Komm. Voller drauf. Na ja. Die Punkte habt ihr. So. Können wir jetzt endlich. Oh, ich könnte... Ich könnte es noch geschafft haben, oder? Ne, schade. Erster wird es glaube ich nimmer. Ah, der Türke! Der hat nur 66. Ja, die 6 muss immer bei mir vorne sein. 66. Oh ne, ne. Ja. Auf jeden Fall gut, Leute. So macht man das. Jeder macht den gleich. Ey! Okay. Ah, ich bin es mal auf einem guten Weg. Nein, da eins doch. Oder halt auch nicht. Kein Interesse. Ah, okay. Na ja. Na ja. Reicht es für den Sieg? Ah, scheiße. Nein, auf keinen Fall. Ja. Nö, reicht nicht. Easy. Ah, unverdient würde ich sagen, ne? Nein. Echt unverdient. Mann, Hackfresse. Ich heiße Marvin, du Hurensohn. Wir sollen nicht doch in dem News immer Hackfresse nennen. Halt, stopp. Titten, da seht ihr Titten. David macht es nicht von hinten. Die jubelten Titten. Oh, sie sind so geil. Ich hab Titten. Ich habe gewonnen. Ich bin das einzig wahre Game. Ja, ich bin zweiter. Wir haben nur schlecht getan, weil David seinen Arsch gezeigt hat. Ne, ich hab nur so schlecht getan, weil wir müssen ja das Mädchen auch gewinnen lassen, gell? Ja. Halt, stopp. Du bist ein Noob. Ich meine, hast du deine Leistung einmal in Cut 8 gesehen? Interessant, Marvin, dass sein Fuß in Stroh irgendwie verpackt ist. Hätten mich auf den Köpfen an Golf Minigolf gespielt. So, meine Damen und Herren, jetzt hat David das letzte Wort. Und weh, da kommt nicht vor, ihr sollt mich alle abonnieren. Dann bist du für immer und ewig gebannt von Minigolf. Wieso? Ja, weil die müssen mich abonnieren. Ne, am besten de-abonnieren und des-slacken jedes Video. Ne, ne, ne. Das war's. Das war's. Das war's.